Hey Ho! Hey Ho! Wir starten mit der Stutt, wir starten mit der Stutt! Wir starten mit der Stutt, 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 wir starten mit der Stutt! Habt ihr schon einmal in der Kaffee überhaupt gehört? Ist es vielleicht eine unbekannte Nageltierart, die erst jetzt im Indonischen Dschungel entdeckt wurde? Oder ist es etwa eine neue Windelmarke? Aber Spaß beiseite! Ihr wisst sicher, dass Muldebach ein Dorf irgendwo in Deutschland ist und dass im Riesendorf auf einem kleinen Dornhof die drei berühmten Freunde leben. Franz von Hahn, der Herrscher für den Wienerhof! Kiki wiki! Johnny Nauser, der ganz schön mutig ist für so ein kleines Tier, das sonst immer in seinem Mauseloch Schutz suchen muss! Und Waldemann, das dicke Schwein! So zusammen sind sie unschlagbar und bestehen jedes Abenteuer, denn wir sind Freunde! Muldebach liegt auf den Land und trotzdem ist es aller Welt bekannt, denn aller Welt bekannt! Man kennt den Schall, man kennt die Schweine, doch auch gedacht! Das ist nicht nur ein Mann, der fehlt mehr als Geld! Und von Waldemann, das gleiche Buch! Und die Hälfte, ja und nein! Aber da spielt die Musik vom glue買inger, aber wie! Aus Schall unserer Lesung! Ihr habt es gerade gehört. Jeden Morgen wecken die drei Freunde alle Tiere auf ihren Bauernhof. Und zwar geschieht das mit Musik. Weitemal bläst ihn die Trompete, Johnny Mauser schlägt auf die Milchkanne und Franz von Hansen. Franz von Hansen Johnny Mauser mit seinem Weißverschlecht auf die Beine. Musik 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 Und das ist dein Leben. Und das ist dein Leben. Und das ist dein Leben. Oh, wow. Und das ist dein Leben. Ey, oh. Und so gut am an ischaut. Und ich hab so gut getr個geist alle. Ey, oh, hey, oh, hey, oh. Ey, oh, hey, oh. Ich lerne jetzt mit Ahrendsitzung. Ich hab mir ganz mit dir alles nói mit Ohr. Hey Yo Yo! Wir haben heute Abend, wir haben heute Abend.